Ja, wenigstens kann ich schneller krischen. Oh, scheiße. Alle hier! Das ist aber auch irgendwie uncool. Au! Okay. Ich schaffe es. Ich lebe auch in einem Kurort, ne? Ja, aber wir haben 24 Stunden lang Strom hier. Im Westen. Ja, wir haben auch so viel Spaß. Warte kurz, mein Internet geht gleich aus. Ja, genau. Ich habe mich gewundert, dass du überhaupt online bist. Hast du die AOL-CD gefunden, ne? Aber jetzt... Ja, ne, Doktor. Doktor, ne? Oh Gott, das ist der scheißgekackte... Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin neidisch auf Pommes. Ich würde auch gerne in so einem Dorf wohnen wollen mittlerweile. Ja, kommt drauf an, was da so ist. Also hier hat er ja auch eine Menge. Wieso? Wieso kommt er denn... Der hat von mir abgelassen, übrigens. Hä? Was macht der? Der ist zu mir gerannt, hat den Jam gekickt und ist wieder abgehauen. Der hat Ruin. Ja. Oder jagt mich. Ja gut, dann hat er ja nicht gekickt. Hilfe. Ah, ne, ist zu weit weg. Also ich komme jetzt mit Saboteur nicht dahin. Ich habe Wildpferd. Ist jemand da? Ihr müsst ja... Nee, ich habe nicht. Das ist okay. Aber ist die falsche Richte gegangen. Scheiße. Nee, da... Oh ja, der sabotiert, sabotiert, ja! Oh. Der hat... Oh geil. Ich habe den falschen Haken ausgewählt. Vorsicht. Oh, oh, fuck. Na komm, 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 komm. Ja, hat sich die versteinerte Eiche schon bezahlt gemacht, ne? Vorsicht, Vorsicht, das ist weg. Der kommt, meine ich. Oh, ja, da muss ich ja richtig raus. Kolkow, bist du in der Nähe? Naja, ich gehe gerade rum. Ich gehe um Kreise das Haus. Du denkst auch, ich komme zu dir in Richtung Haken oder was? Haut er in die Richtung? Ich bin frei. Jo, jo, jo. So, der erste Jam ist jetzt auch an. Oh, ich bin... Na ja, der jagt mich noch. Nee, er jagt mich nicht mehr. Ich habe das Totem gefunden. Nee? Gut. Ich mache das Totem kaputt oder wollt ihr das segnen, das Fluch-Totem? Ich verstehe den Killer nicht. Oh, hier. Der ist wieder... Scheiße. Oh Gott, ich bin irre. Das Fluch-Totem ist auf dem Berg. In der Nähe der Killer-Hütte. Ist da irgendjemand nur her? Ich habe noch Herzschlag, ich glaube... Also, ich weiß nicht, der hat mich gesehen, aber... Jo, hi, 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 hi. Also, ich bin irre, das ist mein Problem. Du brauchst mir kein Präsent da lassen. Der ist, glaube ich, noch hinter mir her. Ihr könnt ruhig das Totem kaputt machen gehen. Bei der Killer-Hütte, sagst du, oder was, ne? Ja, auf dem Berg. Ja, ich dachte, wegen Ausbruch bleibe ich mal in deiner Nähe. Ja? Ja, wo ist der Haken? Ach, der ist direkt da, der ist direkt da, der Haken, ey. Ja, aber er sieht den nicht wegen Wildpferd. Ich kann mir wieder... Oh, nein! Oh, das war nur eine Frage der Zeit. Toll. Ne, gut, jetzt muss ich auch noch auf einen wechseln, der Alfa-Stein hat, der Eiche hat. Ne, vielleicht behältst du das, weil der Killer abgebrochen hat. Stimmt, könnte auch sein. Schade, lief gerade so gut. Ja, ne? Das war wirklich nicht schlecht. Das erste Mal, dass hier wahrscheinlich alle rausgekommen wären. Das ist eigentlich immer meistens so schade, ne? Es ist eigentlich so schade, dass die Rolle dann abgebrochen ist, ne? Ja, ja. Ja, okay, aber der Killer hat sich, glaube ich, ein bisschen veräppelt. Ja, gut. Ich muss irgendwie nicht an den Nakenmutter. Er hat gedacht, sein Spiel ist kaputt, wenn er die Haken nicht mitkriegt. Ich habe den Ritter einmal gegen KI gespielt. Wobei ich sagen muss, dass die KI, die macht ordentlich Action an den Generatoren, ne? Die KI ist kacke. Also, ich habe den Ritter genommen, vier KIs und ich habe nur einen KI erwischt. Also, ich konnte einen KI töten. Habe ich überhaupt einen? Ich glaube, ich auch. Die sind gut. Ich habe die Jägerin gespielt. Die bücken sich auch tatsächlich hinter Steinen, wenn du eine Axt hervorholst, ne? Der eine hatte einen Bug. Das sah aus, als wenn mich die KI teabackt. Der war hinter so einer Mauer. Und dann war er die ganze Zeit da am Team hängen. Ich dachte so, okay. Der hat einen Streck rausgekriegt. Wenn ich mir ein bisschen verscheißert vorkomme. Jetzt fängt die KI auch schon an. Ja, ehrlich. Das ist das Taschenladen. Ja, das geht ja nicht mehr so, ne? Wer ist das denn? Du siehst sehr pink aus. Kann ich dich nochmal angucken? Kann ich dich nochmal hinstellen hier? Mit Tattoos hier. Nein, das sind Blümchen, oder? Blümchen. Oh, wir haben die Jägerin. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ja, nur. Totem, Totem, Totem. Ach, Generator. Wo ist der? Im Haus auf jeden Fall einer. Sollen wir den machen? Ja. Oh, hier wurde ein Totem gesegnet. In der Totem? Hm, hm. Ah, da. Hm, wo ist denn jetzt der hier der Jen? Ach, da. Aber in der Hütte ist kein Generator. Hm, hm. Die Jägerin sagt ihr, ne? Ja. Okay. Kommt die tatsächlich hier hin? Ja. Kommt die nochmal rum, Grant? Ja. Ja, 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 ja. Oh. Jetzt geht sie andersrum. Ach, komm. Immerhin haben wir schon mal einen Jen fertig. Oh shit. Alter, ich bleibe ja noch hinter dir her. So, ihr könnt ja einer von euch, oder Hanni, kannst du hier schon mal hier zur Hütte, falls Pommes erwischt wird. Oh. Ja, ich höre den Killer, ich bin schon da irgendwo in der Nähe. Oh, ich glaube... Der hat dich gesehen. Der hat dich gesehen. Ja. Nee. Hä? Nö. 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 Tschüss. Alleine voll enttäuscht so. Nö. Nö. Ist sie hinter mir her? Ja, hinter mir ist sie nicht her. Ja. Ach Gott, die hat sich noch die Beine geholt. Ach Gott, da ganz hinten. Die war gar nicht hinter dir her, Pommes. Doch, eben gerade kurzzeitig. Aber ich gehe jetzt meinen Pflichten nach. Ja, hier rechts daneben ist einer, genau. Hier vorne ist auch noch einer. Ach, da. Ja, sie lässt mich fallen, sie lässt mich fallen. Jetzt ist das Totem leider nicht mehr da, ne? Hatte das exponentiell, oder? Nee, hat es nicht. Aber das hier. Sie kommt, sie kommt. Ich kriege weg von den Haken, weil du kannst dich wieder freiwilligern, ne? Ah, fuck. Ja, ja, klar. Oh Gott. Ach ja, mich hebt sie auf. Frechheit. Oh, verdammt, die sind die falsch andere Richtung. Zack. Der ist doch in die andere Richtung gelaufen. Ja, alles gut. Ich habe auch gedacht, sie kommt. Pass auf, sie kommt. Oh, gut abgefangen. Okay. Gern geschehen. Das war doch super, oder nicht? Oh, verdammt. Lauf in Richtung Rettung vielleicht? Aber also, das Beil hätte Marcel direkt erwischt. Das habe ich gut gemacht. Ja. Komm, können wir direkt heilen, ne? Hm. Nein. Ja. Ah. Irgendwann. Ja, hier auf dem Hügel, auf dem Hügel. Ja, komm, ich nicht hoch. Also, diese Heilung dauert ja ewig. Ja. Ja, gut, ich hätte jetzt was geschafft. Oh. Kommt doch bestimmt jetzt hierher, oder? Bestimmt. Die Schlachter? Die Schlachter? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Oh shit, ich habe Absiege, voll egal. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich gehe zum Toten und halte mich dann selber da. Okay. Obwohl sie kommen, ne? Äh, ja. Ach Gott, ist nochmal gut gegangen. Das hätte ich mir nie verziehen, ey. Ach, Quotin. Ich habe auf sie geachtet, weiß ich. Ja, ja, ich habe sie ja auch gesehen und dann dachte ich so, jetzt kommt sie, aber. Oh, da war ein Stein. Oh, wer ist hier? Oh Gott, da steht ja auf einmal einer. Ich bin da noch erschöpft. Ein grandioses Versteck aufgedeckt. Oh ja. Nee, anders. Nein! Natürlich! Ah! Tack. So, ich bin in der Hütte und mache da wieder den Jen. Der war aber wieder auf Null. Ich gehe gleich ab, ey. Sie kommt Richtung Haus. Okay. Hier ist auch ein Jen, wollen wir den gleich machen? Mhm. Ja, sie ist bei meinem Jen hier am Haus. Der muss jetzt besser laufen, wir müssen aufholen. Ja, sie sucht mich. Das ist nur ein Einer. Ach, wer da ist. Ich benutze jetzt die Kiste. Ja, sie sucht ihr noch im Haus, ne? Du machst es auch hier. Ja, ja. Hier ist auch noch einer. Also, ich bin wieder am Jen, mach den mal weiter. Sie ist aber abgehauen. Ich bin bei so einem Eingang, ich glaube beim Eingang, da ist so ein Pavillon oder so, da bin ich am Jen. Was, sie kommt wieder. Shit. Wie weit war da ein Jen? Nee, noch nicht weit. 10, 15 Prozent. Oh, nicht hier lang. Warum nicht? Weil ich den Jen mache. Obwohl, dann bist du ja direkt hier, ne? Wie mit dem Haken. Ach, scheiße, jetzt hat mich der... Der scheiß Stein. Ups. Meiner ist jetzt auch fertig. Ah, nice, nice. Super. Ich glaube, sie holt sich neue Beile. Müssen wir auf der anderen Seite vielleicht einen machen oder so? Ja, ja, sollen wir am besten vielleicht im Haus einen machen? Ja, weil hier sind ja jetzt... Hier sind... Na, dann machen wir den hier. Weil er ist direkt in der Mitte zwischen den zwei. Zwischen dem im Haus und rechts beim Berg. Also, ich glaube, sie ist nicht mehr hinter mir. Naja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Oh, ich habe doch... Ich höre Terraradius. Jetzt hat sie den... Sie hat das Totium kaputt gemacht hier hinten. Ist noch einer in der Nähe von der Killerhütte? Nein. Nein. Bisschen. Warum, es ist da? Kannst du da hinkommen und mich heilen? Na klar. Ja, sicher. Ja. Oh Gott. Wo lungerst du denn rum? Ja, ich bin jetzt bei der Killerhütte. Warte. Bist du da? Ja, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wenn du Pech hast, kommst du in den Keller, ne? Du hast noch keine Heilung bei, ne? Ja, ja, ich mach das gleich. Ja. Ja, Keller. Oh, die hat... Wie heißt der Perk? Wenn die jemanden hochhebt, sind die Generatoren versperrt. Von Ghostface. Ach so. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Oh, die kommt zu mir. Mein Gen ist schon bei der Hälfte. Warst du im Haus oder wo warst du? Nee, in der... Nee, aber in der Nähe vom Haus. Ja, sie ist wieder in Richtung Keller. Hm. Naja. Hallo. Ich kenne sie. Ich komme. Ist sie im Haus? Nein, 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 sie ist hier vor. Ich hoffe, das zählt. Ja, hast du deine Tagesaufgabe geschafft? Weiß ich nicht. Komm, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, sei Dank. Sie lässt von mir ab, ne? Oh Gott. Lauf. Da ist eine Tür zu. Hä, warum lässt du mich denn in Ruhe? Ist die doof? Ja, weil die mich geschlagen hat. Lauf nicht zur Killerhütte. Da war ich auf einmal auf der anderen Seite. Ich bin im Haus, im Großen und mache den Generator, ne? Nee. Ich fange zumindest an. Oh, oh. Oh, bis zum nächsten Jahr, oh, ausgeglichen. So, wo sind jetzt hier die Haken? Weiß das jemand? Ach hier, scheiße. Wo geht sie denn hin? Zu dem anderen vor mir, vor mir den Haken. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin frei. Jawohl. Das ist super. Gott. Er ist ja gerade richtig blöd. Ich bin ständig, ich wollte das zum Fenster. Und spring jedes Mal in den Schrank und die Haut in dem Moment. Cool kommt hier hinter mir, müsste doch auch noch ein Gen sein. Also ich bin bei dem Gen von Honey, der ist ja durch 50. Wo denn? Ja, auf einer Seite vom Haus. Mach den nicht fertig, sonst kennt sie. Auf der anderen Seite vom Haus. Ja, da ist auch ein Gen angegangen. Wo wir am Anfang waren. Nee, hat sie schon, hat sie schon. Okay. Aber nichts zu Ende machen. Warum? Irgendwann, sonst kämmt die bei mir. Oh, wer hat sie jetzt? Oh. Das ist ganz unglücklich laufend. Das sage ich schon, jetzt kommst du zurück. Kommst du zurück, oder? Ja, die ist noch in der Nähe. Ha, ich... Nee, die kommt zu mir zum Ausgang. Sie kommt zu mir zum Ausgang. Nee, doch nicht. Nee, sie ist bei mir her. Ja, ich mache den Ausgang da, wo Janice angegangen ist. Äh, ja. Ach, da ist noch ein Totem. Ich gehe mich da hinten heilen. Da, sie könnte ich auf den... Auf den Berg bringen. Was war das hier jetzt? Ich habe hier eine lila Glühfe gerade gesehen. Ah, nee, gerade so eine rosane Glühfe. Ja, das ist meine Aufgabe. Aber wieso sehe ich die? Leute? Ja? Scheiße. Generatölfer, Fähigkeitsschickfrau. Also, ich bin im Ausgang noch verletzt. Ja. Das Bild stimmt so nicht. Merkt euch das. Aber sie steht hier, sie kennt mich ab. Ja. Ja, geht einfach raus. Ist der Ausgang hier bei Pommes in der Nähe? Ja. Ja, der ist auf, der ist auf. Ich kann, ich bin aber verletzt. Ich kann doch jetzt, äh... Ja, alles Gute, sie steht hier direkt vor mir. Geht einfach raus. Nein, lass das! Oh Gott. Oh, scheinend! Also, ich konnte nicht mehr... Lass nicht mehr, ich gehe einfach raus. Oh, jetzt geht's los. Oh, fuck. Das wird jetzt ein Desaster, doch. Doch, und ihr den Arken? Doch nicht. Ja. Sehr schön. Komm raus, komm raus, Kohlkopf. Hanni, müssen rauskommen. Ja, ja. Jawohl, 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 okay. Puh. Wimt sie dich jetzt nicht wieder hoch? Ja, muss sie. Lauf, Hanni, lauf! Oh, no, 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 no. Nicht die Axt, nicht die Axt. Ja, ja, ja. Oh, der Axt hatte ich Angst, ey. So, ich ändere das Bild nochmal. Das ist das Karma. Wieso, das ist ja jetzt nicht mehr die Silvester-Folge. Ach, ist nicht mehr? Und meine Stilmann-Aufgabe zählt übrigens auch. Nein, bitte. Mit dem Böllern haben wir ja vorhin gemacht. Ach so, ah ja, das stimmt. Ja, dann muss ich die Raketen wieder wegradieren. Dann kommen die Raketen auf das andere Bild. Auf was auch immer. Aber das funktioniert gut mit Saboteur, mit Ausbruch und so weiter alles, ne? Ja, das stimmt. Ja, und das Gute ist, dass wir uns absprechen können, können wir uns auch heilen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.